Was hast du denn so gemacht in Magic, Daniel? Lauf in die Stadt, Lukas, und dann müsste da ne Schule sein, sag Bescheid, wenn du die nicht Ich hab eigentlich so laut, wie ist jetzt nur den Magic? Ich hab ein bisschen abgehakt, irgendwie Ich informier mich die ganze Zeit eigentlich jetzt nur Du kannst wenig kaufen, auch nix ein und solche Sachen, damit ich nicht weissbar Ich glaub das ist gar nicht Elektro, irgendwie, das ist wohl klein auf einmal Sehr gut Da stand aber Eckdepot, und das gelesen auf Russisch ist glaube ich Elektro Elektroversorst, oder so heißt das, nicht Eckdepot Du weißt, Alex, irgendwann in der Schule hab ich mir mal ein Deck gekauft Und jetzt schau ich so durch Das sind Karten von Tempest Kurzer Saga Nemesis Exotus dabei Ja, da hab ich auch noch einige von Können wir uns einfach am Hafen treffen? Ja, ich weiss nicht an welchem Hafen du bist, es gibt mehrere Hafen am Arsch der Welt Ein Hafen an Elektro, ein Hafen an Cernus In Elektro Ja, wenn du da bist, dann lauf ich jetzt zum Wasser, ja Ich hoffe das ist Elektro hier, aber ich glaub's nicht mittlerweile Ja, dann kann ich dich auch nicht in am Hafen von Elektro treffen Ja, geh doch einfach mal da hin, wenn das hier ist Boah, ich hab schon wieder den Bug, das meiner nur noch ganz langsam geht, ey, ich hasse es Das hatte ich auch, da musste ich sterben Und das Schlimme ist grad, ich bin echt über eine Bahngleise gelaufen, fünf Meter in die Luft geflogen, auf den Boden gebraten, Beine gebrochen und gestopft Das hatte ich auch noch nie, das hatte ich nur mit ATV Deswegen schalt mal den Bug aus mit dem Zeichen Ja, ich kann keine Bugs an- und ausschalten, ich bin kein Daisy programmierbar Hendrik, machen wir uns mal zum Admin Ähm, LOL, LOL, hier funktioniert die Vorwärtsrolle Machen wir mal zum Admin Wieso konnte ich sie denn grad machen? Es kann immer nur eine Admin sein, ich bin grad eingenommen Ich bin in Cernerus Äh, Otmel Was denn jetzt? Cernerus oder Otmel? Ja, Cernerus ist die Map, doch hier, Otmel, Cernerus, Otmel Achso, ja, ja Ja, ich dachte, wir wär Cernerus Warte, warte mal, Otmel ist glaub ich relativ gut Ich müsste ne Karte aufrufen können, kann ich aber grad nicht, weil die auf meinem anderen Bildschirm ist Und ich hab grad nicht die anderen Hände dazu nehmen, weil ich hab von Zombies verfolgt Glaub das Wasser jetzt links von mir und lauf runter, da ist so ne Stadt, ich hoffe Das ist richtig Ach, so, jetzt hab ich die Karte umgelegt, warte Digyyy, ok, irgendwie mit leerem Maustaster und allen Brücken läuft jetzt wieder normal der Jar Ja, du kennst das doch, das hatte ich ganz am Anfang, früher, in der ich sie immer, ständig, dann hab ich mich jedes Mal aufgeregt, wenn man noch gelaufen ist, oder nur noch langsamer. Wie wird denn die Rolle gehen, wenn man... Einfach V, im Laufen drückt. Im Laufen, ja. Ja, aber das geht nicht, wenn wir auch noch aufgestehen. Übrigens, das Laufen, die Maustaste während des Sprintens, einmal drücken und dann läuft er. Wieder drücken läuft er nicht, bei mir jetzt da. Ja, wenn man sie einmal drückt, wenn du sie gedrückt hast, zoomt er, wenn du sie einmal drückst, dann... Vielleicht ist das ja der Backe. Ja, das ist, das ist, das ist... Also ich weiß, was ich jetzt mach, bitte suchen mir Heli. Scheiß. Aber du, ich war so mühtert in der Arbeit, ich hab bis 4 Uhr morgens Buch gelesen, ey. Ich wollte nur nur schlafen, ich wollte nur schlafen, ich wollte nur schlafen, ich wollte nur schlafen, ich dachte mir so, ja, gehst du nur nur schlafen, bis zum Morgen aus Grutus mal ein wichtiges Meeting und so, und dann so um 4 Uhr morgens, ich glaube ich hör mal lieber auf, ich möchte schlafen. Ja, ich bin wieder bei diesem Ektepot. Ich weiß nicht, wo du bist, man. Wo war denn Ottenöl nochmal? Keckgalova, Prigorodki, ich find's nicht. Balotta, Kamorobu, keine Ahnung. Guck mal bei Über-Elektro. Über-Elektros, Puster. Über- oder unter? Ja, unter ist Wasser. Links daneben Prigorodki, rechts daneben ist... Doch, da, ja, stimmt. Ja, 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 Ottenöl ist gut, Ottenöl ist direkt in der Nähe von Elektro. Ja, dann bin ich ja bei Elektro, dann war ich auch grad eben Elektro. Das hätt ich dir jetzt sagen können, jetzt wo ich 5 Minuten suche. Schau aufs Wasser und geh dann rechts von dir lang. Ja, genau. Und dann komm ich dir gleich entgegen. Hä, sorry, ich hab mich zugehört, hätt ich dir gleich sagen. Ja. Ich weiß genau, wo Ottenöl liegt. Wo ist Ottenöl, wo ist Ottenöl, wo ist Ottenöl? Verfügung später. Also Ottenöl hätte ich dir sofort sagen können. Ich hab dich zugehört. Ich hab dich ignoriert. Oh, ich wollte... Ja, keine Ahnung. Allah? Jetzt glaubst du auch noch an den? Allah. Allah, dammit. Henrik hatte ihn als Maun. Ja. Ich schreite auf Allah. Mit meinem Arsch. Mag dein Arsch nicht. Ist so ein Arsch. No. Oh, jetzt hab ich übern Leg gehabt. Aber ich glaub das liegt an mir. Na, da haben wir noch keine Legs. Könnt ihr den der MS angucken hier irgendwie? Ja, mit P kannst du doch gucken. Sich anklicken. Oh, Mine. Ja, P, dann bleibt man stehen. Sag das doch. Ja, das. Mein Ping ist irgendwie so 70, 60. Ich glaube ich hab 120 oder so'n Gedöns. Nee, du bist 70, 60. Keine Ahnung. Der andere ist 75 bis 80. Ich hab 70. Ich hab 70. Du hast so 67. Ja, hat er D-Sync. Das ist ein D-Sync. Nein, nein. Keiner von uns hat D-Sync. Aber ich hab den besten. Man sollte es ja auch nicht legen. Du bezahlst auch am meisten gehen. Ja, das stimmt. Nein, meine Mutter bezahlt am meisten. Wo ist es denn genau? So, ich bin jetzt im Eck-Depot. Eck-Depot-Elektro-Unstung. Bist du jetzt in die Stadt reingelaufen oder was? Nein, der ist ja anscheinend raus. Ja, dann komm ich grad zu dir. Und in der Stadt? Ich bin jetzt bei der... Beim Krankenhaus? Was ist jetzt hier? Nee, die Schule? Glaub ich bei der Schule, die du meinst. Ja, dann komm ich grad zu dir. Wenn sie nicht gleich mal mit mir kommen, dann können wir dir wenigstens schon mal ne RK holen. Ich weiß nämlich, ob ne RK in der Feuerwache liegt. Ich hätt's nur noch ne Endfield im Rucksack, aber ich glaub, die brauchst du dann nämlich nicht. Ja, da glaub ich's auch nicht so in die Schule dran. Wie war der erste Shooter, Glucos? Eck-Depot. Eck-Depot, nice. Also auch meine ersten Shooter sind auch auf Eck-Depot. Bist du da noch drin? Ich bin hinten wieder raus. Und dann komm. Von hinten, du perverses Schwein, du. Wo bist du jetzt? Ja, ich bin an der Schule, ich lauf hier rum, lauf grad zum Supermarkt. Ich lauf auch um die Schule hier, wo bist du? Ich lauf zum Supermarkt. Welcher Supermarkt? Ja, an der Schule. Mach's nicht so. Ich hab relativ viele Zombies am Arsch, ich kann nicht stehen bleiben. Ich bin da. Ja, dann komm. Dann läuft er mit seinem gescheateten Rucksack. Das ist das einzige so, was funktioniert hat. Ich bin auf, äh, GameStars neue Gameplay-Video zur Alpha von... Desi. Da meinst du den Death-Long? Ne, das, ja, das haben sie also rumgeschossen und so und... Ja, es sah halt aus wie Desi. Ja, das wird von der Grafik auch nicht besser. Was erwartest du denn da? Das soll nur flüssiger sein. Ich mein, wenn man mir das jetzt nicht sagen würde, dann hätte ich jetzt auch sagen können, ja, das ist das Normale, also... Ja. Also auch vom, vom, vom... Es sah halt einfach genauso aus. Ja, das wird... Die ändern ja auch in der Grafik nichts. Ähm, im Turm liegt ne AK. Dann krieg ich jetzt mal den Bullshit, den ich ruhigsam noch hab, wegbekommen. Ja, so. Drop. Oh Gott, die kommen. Die kommen, die kommen, sie kommen. Nein! Ich hasse diesen Boden. Ach, fick dich, ey. Wirst du tun? Nee. Aber meine Waffe ist auch... Was macht er denn jetzt hier? Ich mag nämlich eigentlich meine, ähm, was auch immer. Ja, ich hab... Alles eigentlich Wichtige dabei. Trinken, Essen. Du bräuchst eigentlich nur nen Rucksack. Keine Ahnung. Ähm... Supermarkt war wenigstens irgendeinen Rucksack, wenn du was willst. Willst. Mhm. Mh. Ja. 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 Vielen Dank.